ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Jesus kann dir jetzt auch nicht helfen! Jesus kann dir jetzt auch nicht helfen! Ich würde in der Situation trotzdem nicht sagen okidoki! Wir kommen in Outlast, Alter Scheiße, wie Scheiße, ja Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich ziehe es einfach mal runter! Warum nicht? Falsches Ding! Super gemacht! Super gemacht! Super gemacht! Super gemacht! Super gemacht! Wenn der Aethilo wäre, würde ich das nicht schaffen! Hahaha! Hahaha! Hack atemooos like Jagger! Hack atemooos like Jagger! Jagger würde auch ohne Probleme durchkommen! Mhm! Ich hätte noch einen halben Breakdance während des Nachtflug! Ja wirklich! Wäre da genug Platz gehabt hätte! Ich hätte nicht von diesem Gebiet, wo es uns noch mehr gibt, Gibt es uns mehr Clues und Totems, ich will es hinter mich bringen! Ich will es voll haben, Alter! What the fuck! Ich will es eigentlich nur überleben! Hahaha! Erstmal da rein! Erstmal aufs Heisel! Na schau, da schaut doch gut aus! Das schaut doch gut aus! Schau mal was da drauf steht! Sanitar- Ah nagagagagagagag. The patients were first admitted to Blackwood's medical facility 5 days ago. During this time we have run a number of tests, both psychological and physiological, the results have been extraordinary. Aaahhh, he can't do it. Really? You have to not listen to it. No. No. What? Ok, place under strict observation. Ok, es ist nur die Rückseite. Schau mal was da drum steht. They should be dead. Lies es! Lies es! Ssono! Okay. So. Wir haben hier noch. Wir müssen wir uns die Ohren schauen, dass wir nicht sehen dürfen. Okay. Alles gell? Zensiert. Zu viel Puh! Zu viel Chipotle. Chipotle! Ja, die... What the fuck... Ah, da ist der andere Wolf, sehr wild. Oh, son of a bitch... Wo geht Wulfi hin? Wir gehen in die andere Richtung. Ist das ein Klui-Klui? Nein. Was ist das? Eine andere Toilette? Das ist ziemlich dreckig. Lass uns raus, wir sind starb und freundlich. Ich werde dich bezahlen. Stopp uns jetzt testen. Was heißt 9? 9 All the days when we were in the cell, oh my god. Doe do do, do doo... Karte n bisschen, das ist wirklich arre Housing. Hm... Mich seh noch likey. Wie hattest du das Gefühl, nicht los nach dem Totem, das du gefuttert hast, und nachdem, wie das da überall ausschaut, dass du wahrscheinlich ziemlich actiongeladen jetzt gleich... Ich glaub auch, dass ich attackiert werde. Das ist ja alles kein Problem, solange Bullshit da ist. Wo ist Bullshit? What the fuck? Ah, jetzt wünsch ich mir wirklich, dass ein Alien da ist. Wirklich? Ja. Das wird wenigstens kurz ein Schmerz dafür. Das klingt auf jeden Fall schon mal super. Da ist so viel Platz für Clues. Immer mehr Richtung Kamera, würd ich sagen, oder? Sicher? Nicht mehr so ganz. Geh trotzdem mal weiter. Oh shit. Geh mal da rein. Ich glaub es war ne gute Idee. Ja, sehr gut, sehr ganz gut. Sehr schön. Ah, das ist der tolle Stuhl den wir gesehen haben. Vor ewigen Zeiten einmal. The fuck. Jaaaa. Oh, er ist weg. Where did she go? The Wendigo. The Wendigo. The Wendigo. Das fängt normal an. Ja, ist gut. Ja, ein Clue. Ein Cluey Clue. Aber ist das der Clue der Fehl? Nein, fuck you, Alter. Das schaut nicht gut aus. Hör auf. Sacklos nicht. Du hast gespielt, du bist schuld. Nein. Du hast die Episode gespielt. Nein, du was? Oh, okay. Das war ein Schau. Nein. Don't you. Fuckin' there. Ja, ja. Scheiße, geht's da weiter? Ich weiß nur. Scheiße! Ihr seid zu behindert! Geh noch mal zurück! Geh noch mal zurück! Geh noch mal zurück, Alter! What the fuck! Aber es ist jetzt auch geschissen, dass nur ein Raum ist und ein Tod im dringlichen liegt, oder? Was ist jetzt gleich eine Katze? Es gibt, was ist, wenn es jetzt gleich eine Katze gibt? Es schaut so nur den Katzen im Raum aus. Ah, okay. Nein, passt. Ich glaube, es passt. Ich glaube, es passt. Alter, ich hasse dieses Spiel, Alter. Ich hasse dieses Spiel, dafür, dass es einfach die Möglichkeit gibt, Sachen zu passen. Sanatorium! Oh, Ben Affleck. Tag 4, Ben Affleck. Okay. Weiter. Tag 9, Walking Dead Affleck. Walking Affleck. Walking Affleck. Walking Affleck. Oh, shit. Tag 12, Hot Sauce Christmas Cake. This is fuckin' up. Jesus Hot Sauce Christmas Affleck. Du noch mal komplett zurück. Schau mal, ob es eine Seite gibt davor, irgendwo vielleicht. Was wissen, wo Ben Affleck war? Im Sanatorium. Ja, genau. Oh Gott, ist der schlecht. Aber ich habe auch was da aus passiert. Ja, hau rein. Hau rein. Hau rein. Schau dich mal nach oben. Geh rein. Geh rein. Geh rein. Nein. Aber doch. Das ist so gut. Ja, aber was ist wenn wir... Die ganze Tasche sind voll einfach Drohnen. Ich kann jetzt tatsächlich nichts machen. Ja... F***. Zeig mal, warum genau mag der Mike, die Ashley und den Chris gar nicht? Ich weiß nicht. Oh shit... Schau dich. Es wäre interessant, oder? Entschuldigung. Äh... Wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-de-fass! Muss ich das echt halten? Anscheinend. To whom it may concern. Der Typ ist auch melodramatisch, ne? Selbst im Tod dreht sich alles um ihn. Ich hoffe, das war kein Mistaken. Schaut nicht, das wird's da weitergehen, oder? Nein, 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 nein! Hier, vielleicht war das vom Buch die erste Zeit. Das haben wir eh geschaut. Don't give me that shit, Alter, wirklich. Do not give me that shit, Alter, wirklich. Das heißt, es war gut, dass ich hier alles langgegangen bin. Mhm. Oh Gott. Oh Gott. Solln printen wir zurück. Ist doch bald wieder tot im Zeit. Naja. What the fucker. Ja. Okay. Und langs. Ja, wie hätt' er gewusst, dass weitergeht, wenn Wolf wieder steht. Mhm. Oh shit. Totem, 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 anywhere, hallo? Oh Gott! Oh Gott! Das ist so nicht lieb, Alter. What? What? Is das der selbe Bratz wie vorher? Nein, nein, das ist der nächste Gang schon. Das ist schon der nächste Gang. Guck's. Arrg seperti! Molphi! Der 특jiert einen Totem. Ich will nicht mehr. Nein, 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 nein! Das ist das, was du verdammt! Ja, vor allem weil das Ding... Scheiße, weh! Ah, da, 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 da! Fick es! Fick es! Das ist das, was du verdammt! Wulffi! Move! Wulffi! 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 Aber, die sind die Fack? Ich weiß nicht! Wulffi! 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 er geht links er geht links NEEEIN ahhh f*** das oh mein f*** Gott NEEEIN oder ich geh jetzt nicht zurück ahhh f*** das an alter alter das will nicht das nächste Mal bei Couchs sehen wir was für den Scheiß wir angestellt haben tschüss tschüss